Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family. Heute Mittwoch, Bitcoin hat sich erholt, respektive ist auf Erholungsphase. Nun fragen sich viele, wieso. Da habe ich eine kleine Antwort für euch vorbereitet. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, heute Abend wird um 20.30 Uhr Sharon Powell aus den Staaten heraus für die Fed. Er wird uns mitteilen, wie das ganze Thema mit den Zinsen ist und ab wann sie starten werden. Das wird auf jeden Fall einen Impact geben, ausser es ist schon ein grosser Teil eingespiesen. Dazu mehr von meiner Seite her, danach auch in der Thea. Aber ich würde mal sagen, wir legen los und finden alles mal heraus, was wir wissen wollen. Ja, Freunde, man sagt oder munkelt nach diesem aktuellen Bericht auf Cointelegraph.com, dass in den Staaten schon der grösste Teil eingespiesen ist in den Bitcoin-Preis. Der Preis erholt sich langsam wieder. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Analysen, die uns hier sagen wollen, wieso das eben genau aktuell so ist, wie es ist. Da schauen wir gleich natürlich dann auch in der Thea danach. Da habe ich etwas Tolles vorbereitet. Aber gehen wir mal Punkt für Punkt durch. Also, heute Abend um 20.30 Uhr wird Sharon Powell uns bekannt geben, wie das eben ist mit den Zinsen. Viele anliegen da draussen und sagen, wir denken eigentlich, diese Angst, dass die Zinsen erhöht werden, sei bereits in den Preis eingespielt, so eben auch in den traditionellen Märkten. Wenn man jetzt den aktuellen Fear- und Greed-Index daneben stellt, sehen wir, dass wir praktisch einen Sprung gemacht haben, plus 10. Ja, gestern waren wir bei 12.13, jetzt sind wir bei 23. Also kommt da schon irgendwas zurück. Man sagt ja in der Regel auch, dass die Wale anfangen zu drücken, wenn der Fear-Index sehr, sehr tief ist, in der Regel unter 10. Das war es aktuell nicht. Ob das nun jetzt der Boden war, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und jetzt kommt es. Eine alte CME-Lücke wird geschlossen. Das habe ich auch hier vorbereitet. Das ist ganz interessant. Eine letzte Beobachtung über die jüngsten Bewegungen auf dem Markt wurden von unabhängigen Marktanalysten Scott Melker gemacht, der das folgende Bitcoin-CME-Futures-Diagramm veröffentlichte und darauf hinweisen, dass der jüngste Einbruch bei BTC eine Lücke füllte, die bis Juli 2021 zurückreicht. Sehr, sehr spannend. Ja, wenn man das anhört, dann in diesem Bericht kommt natürlich dann auch noch Plan C, nicht Plan B, Plan C hier vor. und sagt, ja, Moment mal, wir waren seit Februar 2021 im Bärenmarkt und jetzt neigt sich das Ganze langsam zu Ende. What? Wir waren im Bärenmarkt, so Plan C. Sehr interessante Aussage. Ich habe natürlich das Ganze ein bisschen für mich analysiert, angeschaut und euch natürlich auch für die TA hier eine vernünftige Antwort zu geben, wie eben Plan C das Ganze gesehen hat. Ich zeige das ein bisschen vereinfacht für euch. Hat eine logische Überlegung, ja, wie ich dazu stehe, natürlich ebenfalls auch gleich in der TA. Dann, ja, El Salvador steht etwas unter Beschuss. Man muss aber sagen, aktuell, wenn der Bitcoin bei 37,700 ist, muss ich sagen, man hat El Salvador eigentlich aktuell Gewinn. Was haben denn die anderen mittlerweile gemacht? Okay, viele Staaten verdienen Geld mit der Wiesenmärkte, ja, weil man ja auf der ganzen Welt irgendwie, jede Währung irgendwie versucht abzufälschen, ja, also meiner Meinung nach völliger Käsekuchen. Das wäre natürlich mit Bitcoin nicht mehr möglich. Das muss man hier auch schon mal sagen. Ja, jetzt kommt natürlich der internationale Währungsfonds hin und sagt, hey, Moment, wir haben alle kleinen Länder davor gewarnt, irgendwie sowas zu tun, wenn es um Krypto geht. Denn hier sieht man ja nur Geldwäscherei und weiss der Teufel was, ja, in Kryptospace. Und da muss ich sagen, hey, liebe Leute, dann schaut mal besser auf US-Dollar, ja, da seht ihr das noch ein bisschen besser. Und, was ich auch sagen muss, jetzt wird El Salvador einfach irgendwie beschossen. Man redet ja schon von Staatsbankrock etc. Also mal vorab zu sagen, es gibt kein Land, das Bankrock geht. Gab es noch nie, wird es nie geben. Das ist schon mal so viel dazu. Aber sobald es dann in die andere Richtung geht, wenn dann Bitcoin plötzlich bei 100.000 ist, ja, und wenn, lassen wir das fünf Jahre dauern, ist ja wurscht. Was sagt dann IWF dann? Ist dann plötzlich El Salvador der heilige Graal der kleinen Länder? Ich weiss es nicht. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend. Ich möchte euch jetzt aber ab in die THC nicht lange herumlabern, denn ich möchte euch zeigen, was eben hier Plan C und die anderen Analysten hier gesagt haben, um euch da ein bisschen Klarheit zu bringen. Ja, Leute, und wir starten aktuell gleich mal mit dem CME Cap, was eben der Scott Melker hier uns mitteilen wollte. Dafür lasst uns in den Weekly-Chart gehen, ist es für uns ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Und ich habe noch etwas vorbereitet, was er jetzt nicht erwähnt hat. Wieso er das nicht erwähnt hat, weiss ich nicht. Vielleicht wollte er keine weitere vier streuen, und dennoch ist es halt wichtig, dass man das anschaut. Also aktuell hat er diesen Punkt hier angesprochen, also quasi diese grüne Box hier oben uns, das ist eigentlich oder war das CME Cap, was entstanden ist am 26. Juli, zwischen 19 und 26. Juli. Und ja, Freunde, kann man natürlich sagen, ich bin kein grosser Fan von den CME Cap, weil die werden sowieso immer geschlossen, weil der Kurs ja, der geht ja nicht Pfeifengrad in den Himmel hoch, sondern der macht ja auch seine Schwankungen. Hier hat das eben nicht funktioniert, respektive sehr spät funktioniert, bis wir diese CME Cap abgeholt haben. Und wieso auch immer er das jetzt nicht erwähnt hat, muss man hier sagen, wir haben hier unten immer noch ein CME Cap. Dieser wurde noch nicht geschlossen. Da müsste er auch nach seiner Strategie hier, wo er dies jetzt wunderbar eingesetzt hat, dann müsste er hier unten jetzt zwischen 26.000 und 24.500, müsste ebenfalls ein CME Cap dollarmässig schön geschlossen werden. Und das hat er nicht erwähnt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, ob das jetzt reicht, weil ein CME Cap wird ja ähnlich gehandhabt wie ein Double Button oder ein Double Top, kommt auf das Gleiche an, hat eine gleiche Wirkung für euch da draussen, für die, die es eben oftmals noch ein bisschen nachfragen. Ja, nun ist die Frage, ist es das oder ist es nicht? Und das lasst uns jetzt das nochmal reflektieren, auf unseren Weekly Chart im Bitcoin Chart. Und da haben wir jetzt auch noch sehr interessante Geschichten. Hier müssten wir mal etwas ausblenden, das hier stört. Lasst uns das einfach so machen, zack, dann ist es weg. Nun, den auch noch, den schauen wir uns in vier Stunden Chart nachher an. Voilà. Also, wir haben aktuell ein Target von immer noch Bad Case 3. Was bedeutet das? Das wäre ja unterhalb des aktuellen CME Caps. Also, wenn wir das hier nochmal schauen, das CME Cap wäre hier bei 26 bis 24,500. Und gehen wir hier zurück. Bad Case, ja, wäre bei 23, ja, 24 da. Etwas oberhalb hier würde es also bedeuten, so auf diesem Niveau hier, dass wir da irgendwo in dem System drin hätten, wir also das CME Cap, was wir schliessen würden. Okay, wäre nicht traurig, wenn das nicht so passt. Ja, mittlerweile muss man aber auch sagen, wir haben immer noch, und die Tage laufen noch, vier Tage und 18 Stunden laufen noch die aktuelle Kerzenformation. Die kann jetzt heute komplett zunichte gemacht werden. 20.30 Uhr, wenn Jerome Powell kommt und sagt, hey Leute, März fangen wir an, Erste Zinserhöhung 2 Prozent. Bam, die Leute werden geschockt. Ich glaube nicht, dass das so in diesem Härtefall kommen mag, weil da würde natürlich, ja, das Messer steckt im Halse sozusagen oder im Rücken, wie auch immer, macht ein T-Shirt raus, mir wurscht. Aber da, die haben schon Probleme, die gewissen Unternehmen, nicht die Grosskonzerne, sondern eher die kleineren Betriebe in den Staaten. Man muss da aufpassen, ja, gleichzeitig die Arbeitslosigkeit, das schwächt das Land, ja, das Bruttoinlandprodukt schwächt ab und so weiter und so fort. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich möchte auch nicht in der Haut stecken von der Fett. Gut, würde ich allgemein nicht wollen, ja, das ist schon immer. Gut, also hier, aktuell die Situation, auch dürfen wir nicht die Krise vergessen, was aktuell ist zwischen Ukraine und Russland. Das hat alles hier aktuell immer noch einen Einfluss. Und wir sehen, wie wir hier immer noch das Volumen verlieren. Und da kommt eben gerade jetzt die nächste Aussage. Plan C sagt, wir sind seit dem März, nee, Februar 2021 im Bärenmarkt. Und der Bärenmarkt ist jetzt bald vorbei. Hm, das ist eine komische Aussage. Ja, denkt man sich als Analyse. Hm, viele sagen, wir treten erst jetzt ein, jetzt kommst du und sagst, nee, Moment, wir sind bereits am Ende oder neigen uns dem Ende. Und wie er auf das kommt, kann man reflektieren mit dem Volumenprofil. Das Volumenprofil, ihr seht das unten in... Nee, seht ihr nicht, mein Kopf ist im Weg. Deshalb nenne ich es schnell. Das letzte grosse Volumenprofil war am 8. März 2021. Würde also nicht perfekt passen zu seiner Aussage. Dennoch sind wir sehr nah. Okay, also wenn wir es aufs Volumenprofil anschauen, muss man sagen, ja, der gute Herr hat nicht Unrecht. Denn seit dem März kam nie wieder neues Volumen in den Markt. Respektive, es kam neues Volumen, aber relativ tief. Und die bärische Stärke, die ihr hier seht, und da kann man jetzt sagen, ja, der Februar, aber der ist dennoch ein bisschen kleiner als der im März. Da hat natürlich die bärische Kraft immer wieder zugenommen, ja, gegenüber der bullischen grünen Kerzen. Also, wenn man das auf das reflektiert zu seiner Grafik, wo er hier aufgebaut hat, dann kann man sagen, okay, man kann es unterstreichen, es wäre eine Aussage, die eine logische Erklärung hat. Ich sehe das nicht ganz so gleich. Für mich ist es eine Divergenz, eine Divergenz, die mir sagt, pass auf, es passiert was. Für mich, ich bin erst dann im Bärenmarkt, wenn ich, wie gesagt, eine längere Korrektur habe, und zwar die Korrektur nicht vom Volumenprofil her oder von den Short Terms her, sondern ab dann, wenn der Preis oder die Preisentwicklung immer tiefer fällt. Das ist für mich ein Zeichen für einen Bärenmarkt. Und ja, auch das Volumen ist für mich natürlich wichtig, denn wenn kein neues Volumen reinfließt, ja, dann wird es schwierig, da wieder bullish zu sein. Das sind halt so ein bisschen die Zusammenhänge, die muss man irgendwie verstehen können, dann weiss man es auch. Gut, aktuell ist es immer weit weg für Bad Case 2, also diese beiden Szenarien hätten wir demnächst auch gerockt. Also aus diesem Grund sieht das schon eher vernünftig aus. Wenn ich jetzt aber in den Vier-Stunden-Chart reingehe, habe ich hier noch etwas ein bisschen vorbereitet für euch. Und zwar sieht es aktuell so aus. Wir bilden aktuell wieder ein neues Rising Wedge. Dieses Rising Wedge hat einen Zieltag, wieder zurück in die Akkumulationszone. Wenn ich jetzt meinen Indikator ein bisschen herausfordere oder noch mit einbinde, sehe ich zwar interessante Möglichkeiten. Und zwar die EMA, die ihr hier hinten seht, die fängt sich an zusammenzuschnüren. Diese Swiss CryptoJ EMA ist meiner Meinung nach die modernere Ribbon EMA. Ein bisschen verfeinert, viel besser, meiner Meinung nach. Aber das ist meine Meinung nach. Wir haben noch ungefähr 8% bis zum nächsten grossen Widerstand. Das ist auch noch so was. Wir haben hier zwar ein Zeichen, dass wir hier wahrscheinlich einen Invert-Hammer bilden werden. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte unter Umständen auch ein Problem geben. Also erstes Zeichen sieht es sehr bullisch aus. Es sieht sehr bullisch aus. Dennoch, und jetzt komme ich wieder, weil ich sage halt immer, vergesst es, nie auf alle Indikatoren zu achten. Wir haben eine aktuelle MICD, die wir sehen, die hier leicht in der kurzfristigen Form abschwächt. Wir sehen, dass das Volumen hier oder die Kraft der Bullen schwächt ab und in der langfristigen MICD sieht es hier schon eher etwas traurig aus. Also nicht traurig in dem Sinne, es sieht natürlich bullisch aus. Wir haben bärisch gekreuzt, kommen hoch. Aber wenn ich das mit dem Volumen hier wieder reflektiere, unserem Volumenprofil, dann sieht es für mich schon eher so aus, dass wir hier demnächst auch wieder abschwächen werden. Eher eine Verschiebung sehen nach rechts. Vielleicht nicht ganz hier runterfallen, aber wir werden noch mal eine kleine Korrektur sehen. Es kann sein, dass wir hier beim 0.32 Profil landen. Das ist sehr, sehr gut möglich. Und was wir jetzt auch noch tun können, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel meinen Indikator mal schnell weglassen, dann lasst uns hier vom letzten Higher High zum Lower Lower runtergehen. Da seht ihr, die Akkumulationszone ist eigentlich optimal in diesem Nuller bis 0.236 drin. Wir sind aktuell aus diesem Pattern nach oben ausgebrochen, stehen aber immer noch vor der grossen Challenge, das 0.5er hier zu überleben. Und wenn wir dieses 0.5er hier nicht durchbrechen können, ja, dann bedeutet das sowieso, dass die Korrekturen wieder nicht geschafft haben. Das haben wir gestern im Livestream auch gesagt mit Basti. Dann machen wir eigentlich diesen Wellengang. Und dann geht es wieder runter. Und dann geht es wieder runter. Das wäre dann so der typische Verlauf. Wenn wir es natürlich schaffen können, dass wir sagen, okay, wir machen diese Massnahme, dann gibt es Chancen, dass wir hier weiter nach oben kommen. Aber erst müsste das passieren. Und das ist aktuell nicht der Fall. So, Freunde. Ja, das war es von meiner Seite aus der Schweiz. Ich sage, bleibe gesund. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal.